olje gaming ist zurück mit assassin's creed unity cj hier und da mal gleich anführer den wir ganz schnell natürlich ausschalten mussten weil er gerade in meiner nähe war da haben wir die hälfte der leute erst mal auf einen schlag hier vertrieben die werden zwar alle hoch kommen aber ich glaube die rennen auch alle an mir vorbei hoffe ich für alle fälle gehe ich mal weg hier und lasse sie einfach mal weg rennen so ist ja sonst noch was da hinten sind noch welche dann geht es hier weiter oder muss ich aufpassen den hätte ich ja gerne doppelattentat gemacht aber ich fürchte das geht nicht komme ich hier runter und runter 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 schön schön und versuchungszonen interagieren das rätsel lösen na dann erst mal unsere lampe aufladen in nomine patrice philippe ist bild des centiamen nam des sohnes und vaters des sohnes und des heiligen geistes am ende ach so ja ok auch norden süden westen osten ja ich glaube schon dann ist das der norden na gut ich glaube schon mal hier rein scheiß fliege weg hier du nervst ok ich erkenne das problem hier ist noch eine kanoppe wo wir unsere lampe auffüllen können so oben unten ich weiß es nicht ne da komme ich nicht rüber versuchen wir mal oben unten also oben unten osten westen ob es rechts links oder links rechts das werden wir gleich sehen ok bis jetzt brennt ja noch alles das heißt vielleicht war es nicht falsch aber schauen wir mal weiter und den bitte sie brennen alle sie brennen alle es war richtig leute schönchen war also richtig oben unten rechts links nah und süden ost und westen ja auch wenn ich nicht ganz so viel mit religion am hut habe das weiß ich dann doch noch zum glück habe ich in der schule gut aufgepasst ist der weg jetzt zu oder bin ich einfach noch falsch gelaufen ach das ding hier ist hochgefahren oder ach nee hier kam ich runter ok ok warum mache ich gerade keine karte aber ich habe meinen hat ausgemacht wie kommt denn das wieder an nein ich weiß dass das geht mit dem ausmachen ich weiß aber auch nicht wie hin das heißt ich weiß gerade nicht wie ich das mache ich weiß gerade nicht wie ich das mache ich weiß gerade nicht wie ich das mache aha lange r3 drücken in den anderen raum schleichen na gut okay okay hier ist kann mich hier ne ne eigentlich will ich ihn zur anderen seite huch so so jetzt sind wir schon mal ganz gut kann man von hier nicht auch zielen leider nicht dann versuche ich erstmal wieder hier zurück zu kommen da ist ein anführer den würde ich zwar gerne ausschalten aber der steht gerade nicht sonderlich günstig ich weiß nicht inwieweit ich hier lang kann um nur gesehen zu werden ne also hier hinten habe ich es erstmal geschafft dass ich mal kommen sehr gut gerade noch mit dem letzten das schw luß uiiluiui da war ich wieder sehr verschwenderisch ich habe auch grad mal wieder nichts gesehen und der schulter das spiel ich auch nicht dafür ausgelegt dass die schulter wechseln kannst wir schuld doch mache ich so dann nehmen wir noch mal schnell die truhe hier mit so der ist davon gänzlich unbeeindruckt das heißt der könnte uns eventuell noch sehen ja das problem ist ich weiß jetzt auch gerade gar nicht wer uns hier noch sehen kann so hier hinter wahrscheinlich erst mal keiner aber wenn ich den da hinten so sehr glaube ich nicht dass ich da noch hinlaufen kann er ist ja gut glaube ich nicht und runter anow weg hier sehr gut sehr sehr gut in den zweiten haben wir es auch schon mal erst mal geschafft so in den anderen raum schleichen haben wir auch geschafft ohne gesehen zu werden geschafft okay die geheimnisvolle leuchtende kann mit jeder lichtquelle aufgeladen werden nutzen sie laterne ding war das richtig offensichtlich nicht gibt es denn hier noch irgendwo hinweise können wir hier rüber springen oder so keine hinweise irgendwie irgendwas der geist vielleicht noch ein hinweis für uns nicht hier irgendwas auch nicht auch nicht okay man sieht da hinten pferde 2 3 1 4 oder so ein pferd das reitet ein pferd das sich auf den kampf bereit macht ein pferd das kämpft und ein pferd nach dem kampf oder so ich muss mal gucken ja das war jetzt auch nicht so ganz richtig ich erkenne das gerade aber auch nicht sagen wir mal 3 2 1 4 oder sowas probieren aber weiter interagieren nein ok dann 2 3 4 1 vielleicht also nochmal das geht an das geht an das geht an das geht jetzt theoretisch auch an und den letzten interagieren nein auch nicht okay dann gucke ich mir jetzt die bilder noch mal ziemlich genau an aber ich erkenne hier auch gerade nichts ich weiß dass hinter mir eine kanoppe ist aha da interagieren wir jetzt erstmal haben wir hier vielleicht noch irgendeinen hinweis vor wir an diese dämliche ja gut also das pferd das pferd das pferd das pferd war das pferd ne gucken wir mal 2 3 1 4 2 3 4 1 interagieren nee ich erkenne diesen dritten hier aber auch nicht desynchronisiert wir sehen uns gleich wieder leute wenn ich wieder da so leute da bin ich wieder es hat etwas länger gedauert auch wenn ihr das gar nicht mitbekommen habt ich musste einen etwas anderen weg gehen wie ihr da hinten seht ist da gerade ein massengemetzel im gange und zwar das folgende grund man spawnt wieder oben am eingang alle gegner sind wieder da aber meine waffen sind nicht wieder da so problem also musste ich was anderes machen habe ich einen berserker fall genommen den irgendwo in die mitte gefeuert und jetzt sind sie alle dahin gelaufen dann konnte ich hier runter so probieren wir mal weiter so lieber lieber geist und der letzte läuft ne so viele möglichkeiten gab es ja und wir haben es geschafft nicht in einen kampf zu gelangen das ist sehr sehr geil so in den letzten kartenraum schleichen und ein luftattentat was unsere klinge ruft nach dir ich glaube ja nicht ein luftattentat das ist doch auch schon luftattentat oder ja luftattentat chef weg perfekt ja nur hat das irgendwie keiner gesehen dass der chef weg ist so und da ist noch ein chef nächster chef weg sehr gut sehr gut ich glaube ich gehe trotzdem hier lang besser für jedermann ok hoch 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 nerf nicht ich glaube ich setze hier nochmal berserker fall an berserker fall alter Na gut, jetzt dürfen sie mich ja sehen, es ist auch egal Dennoch hätte ich es gerne anders gelöst, aber es sollte nicht sein So, weg du Bersercher So, letzter Kartenraum, gut Arno, gut Das geht aber weit runter Aufpassen, dass ich nicht gleich sterbe Können wir hier irgendwie rüber? Jawohl, das geht Dann jetzt bestimmt Arno, was machst du denn? Umgelaufen, na gut